Guten Abend beim Wetter. Es bleibt vorerst kalt und heute Nacht, da wird so richtig frostig. Vor allem in den schneebedeckten Alpen, da erwarten wir heute zweistellige Minusgrade nur im Osten und im Süden. Da dämpfen die Wolken die Abkühlung. Und morgen am Dienstag, da gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken von St. Pölten und Villach-Ostwärts. Da ist es die meiste Zeit bewölkt. So sonst geht es. Im Großen und Ganzen gibt es dann viel Sonne. Und es wird nochmal ein kalter Tag. Die Temperaturen liegen bei minus drei bis plus drei in der Osthälfte. Im Westen bei plus sechs Grad. Ja und der nächste Schneeschub, der folgt dann am Mittwoch von Slowenien und von Ungarn. Das bedeutet im Südosten, da schneit es die meiste Zeit. Am Donnerstag beruhigt sich dann das Wetter wieder. Aber es bleibt vorerst kalt und eine Spur milder wird erst am Sonntag. Wir sehen uns morgen wieder. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.